Hi, in diesem Beitrag geht es um eine Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls. Das hier ist der dritte Teil eines kleinen Exkurses zu den Themen moralisches Handeln, Geld und Gerechtigkeit. Die anderen Beiträge sind unten verlinkt, hier und jetzt geht es um Gerechtigkeit. Damit wenden wir uns der praktischen, genauer der politischen Philosophie zu. Für die war Rawls' Theory of Justice in den 70er Jahren das, was das Musical Hamilton heute für amerikanisches Geschichtsinteresse ist. Eine Wiederbelebung. Aber wer hat die politische Theorie überhaupt für tot erklärt? Und warum? Und wie ist ihre Renaissance gelungen? Genau diese Fragen wollen wir klären, bevor wir dann, ausgehend von einem berühmten Gedankenexperiment, die wichtigsten Argumente und Thesen von John Rawls mal genauer unter die Lupe nehmen, um sein Verständnis der Gerechtigkeit als Fairness nachzuvollziehen. Zusammengefasst lautet die Botschaft von diesem Konzept, dass Gerechtigkeitsprinzipien das Ergebnis rationaler Einigung unter fairen Bedingungen sind. Die gerechten Prinzipien, auch Regeln oder Grundsätze genannt, auf die sich die Menschen einigen, die lauten in einer vorläufigen Formulierung zu finden auf Seite 81, wie folgt. Jeder Mensch soll gleiches Recht auf das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten haben, das mit dem gleichen System für alle anderen verträglich ist. Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu gestalten, dass vernünftigerweise zu erwarten ist, dass sie jedem Menschen zum Vorteil dienen, und sie mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die jedem Menschen offen stehen. Dazu gleich mehr. Zuletzt soll's dann noch eine kurze Erläuterung der Ideologie des egalitären Liberalismus geben, der maßgeblich von Rawls entwickelt wurde, im Kontrast zum Utilitarismus, zu dem Rawls eine Alternative bieten wollte. Als literarische Grundlage liegt mir eine Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls in der Taschenbuchausgabe von Surkamp vor und ergänzend dazu das Büchlein John Rawls zur Einführung von Wolfgang Kersting 2001 im Junius Verlag erschien. »Ethik und Politik geraten in den Schatten von Logik und Sprache«, so ließe sich die Philosophie des 20. Jahrhunderts in einer etwas düsteren Schlagzeile zusammenfassen. Für tot erklärt wurde die politische Philosophie – tatsächlich ganz offiziell – vom Historiker Peter Laslett im Jahr 1956. Quellenangabe gibt's im Blog. »Alle Philosophie«, verkündete Ludwig Wittgenstein schon in den 1920er Jahren, ist Sprachkritik. Und er beschränkte ihren Zweck auf die logische Klärung der Gedanken. »Was für ein Niedergang der großen philosophischen Tradition von Aristoteles bis Kant«, so kommentierte das Stephen Hawking und blieb bei seiner Physik. Ausgerechnet Dee war mitverantwortlich für diesen Niedergang der philosophischen Tradition, zusammen mit anderen Naturwissenschaften, die bereits im 19. Jahrhundert ein empirisches Weltbild vorantrieben. Denn empirisch nennen wir Erkenntnisse, die aus unserer Erfahrung oder sinnlichen Wahrnehmung gewonnen sind. Das gelang den Naturwissenschaften mit fortschreitend besserer Technik und Methodik irgendwann so gut, dass die moralische oder auch politische Philosophie ins Wanken geriet. Denn deren Erkenntnisse etwa oder auch Ideen – sowas wie die Gleichheit aller Menschen – hat mit Empirie nicht so viel zu tun. Denn die Menschen sind nicht alle gleich in unserer sinnlichen Wahrnehmung. Um ähnlich unerschütterliche Gewissheiten zu erbringen wie die Naturwissenschaften, bekam in der Philosophie eine Position besonderes Gewicht – der logische Empirismus. Dieser lässt nur solche Sätze zu, die entweder empirisch überprüfbar sind oder die in sich bzw. im Kontext miteinander logisch sind. Sätze auf Logik zu überprüfen, das fällt in den Bereich der Sprachphilosophie. Und so kommt der früher Wittgenstein zu seiner Aussage, alle Philosophie sei Sprachkritik. Normative Sätze, wie sie moralische oder politische Philosophie hervorbringen, kommen gar nicht erst durch das Empirie-Kriterium, weil sie sich ja eben nicht empirisch überprüfen lassen. Ethische Ansichten sind demnach auf einer Stufe mit Geschmack. Du findest diese Suppe zu Salzsäcke und jenes System zu ungerecht? Okay, ich nicht, na und? Der logische Empirismus gehört zu den einflussreichsten philosophischen Strömungen des 20. Jahrhunderts. Das hatte zur Folge, dass das Feld der praktischen Philosophie so wenig bespielt wurde von den großen Geistern dieser Zeit. Unter denen zählt jener Wittgenstein heute bezeichnenderweise zu dem bekanntesten Namen. Neben, wohlgemerkt, dem amerikanischen Denker John Rawls. Dessen Werk, von 1971 immerhin, hat Hawking nämlich getrost übergangen, bei seinem Ausruf vom Niedergang der Philosophie im Jahr 1988. Da hat der britische Physiker wohl vergessen, bei aller Betrachtung des Universums auch mal über den großen Teich zu schauen. Und das, obwohl Fachleute das Werk von Rawls in eine Reihe stellen, mit Aristoteles und Kant. Zu diesen Fachleuten gehört Wolfgang Kersting. Der schreibt über eine Theorie der Gerechtigkeit, dieses schwergewichtige Buch präsentiert auf 600 Seiten die argumentativ dichteste und elaborierteste, d. h. am sorgfältigsten ausgeführte, Theorie der Gerechtigkeit, die in der Geschichte der praktischen Philosophie bis heute entwickelt worden ist. Den Anstoß für die Renaissance der politischen Philosophie durch eine Wiederentdeckung und gedankliche Weiterentwicklung der neuzeitlichen Werke von Hobbes bis Kant. Die schreibt Kersting allein diesem einen Buch zu, im Original Theorie of Justice. Es habe viele philosophisch inspiriert und zu gehaltvollem Widerspruch angeregt. Kersting schließt sich der Widerrede auch an. Doch bevor wir die Kritik an Rawls wirklich nur ganz kurz anschneiden, wollen wir hier und jetzt Autor und Werk etwas ausführlicher betrachten. John Rawls wurde 1921 in Baltimore, Maryland geboren, als eines von fünf Kindern einer Anwaltsfamilie. Zwei seiner Geschwister starrten noch während der Kindheit an Krankheiten, mit denen sie sich beide bei ihrem Bruder John angesteckt hatten. Während des Zweiten Weltkriegs diente John als Soldat im Pazifik. Dort erlebte er Grabenkämpfe unter tagelangem Beschuss, den Suizid eines Kameraden aus nächster Nähe und schließlich Hiroshima, kurz nachdem es von der Atombombe getroffen worden war. Über 100.000 Menschen leben und die Infrastruktur einer gesamten Stadt, ausgelöscht durch einen einzigen Gewaltakt von der eigenen Seite. All diese Ereignisse prägten Rawls, der nach einer Befehlsverweigerung degradiert wurde und 1946 desillusioniert in die Heimat zurückkehrte. Dort nahm er dann seine akademische Karriere in der Philosophie auf. Doch erst im Alter von 50 Jahren veröffentlichte Rawls sein Hauptwerk, eine Theorie der Gerechtigkeit. Es ist angelegt als ein Gesellschaftsvertrag und gehört damit zur Familie der Vertragstheorien bzw. zum sogenannten Kontraktualismus. Vertragstheorien sind, wie der Name schon nahelegt, theoretische Verträge, geschlossen zwischen freien, gleichen und vernünftigen Menschen. Diese stimmen vertraglich z.B. darin überein, nach welchen moralischen Prinzipien sie ihr Handeln ausrichten wollen, wie die gesellschaftliche Ordnung aussehen soll oder womit sich politische Herrschaft rechtfertigen lässt, je nachdem, was die konkreten Gegenstände der Verträge sind. Theoretisch sind diese, weil Menschen in der praktischen Wirklichkeit nicht so frei, gleich und vernünftig sind, wie es im Sinne eines Gesellschaftsvertrages nötig wäre. Dieser Aspekt wird bei näherer Betrachtung von einer Theorie der Gerechtigkeit deutlicher. Rawls ist nicht der erste Vertragstheoretiker. Sein Werk knüpft an die Tradition der Gesellschaftsverträge von Philosophen der Neuzeit seit Grotius und Hobbes an. Rawls schreibt, Ich habe versucht, die herkömmliche Theorie des Gesellschaftsvertrages von Locke, Rousseau und Kant zu verallgemeinern und auf eine höhere Abstraktionsstufe zu heben. Zu Locke und Co. gibt's demnächst eigene Beiträge, die werden dann bei Zeiten unten verlinkt. Nun, inwiefern verallgemeinert und abstrahiert Rawls denn die Theorie des Gesellschaftsvertrages im Vergleich zu den genannten Kontraktualisten oder Vertragstheoretikern. Locke begründet in seinem vertragstheoretischen Hauptwerk von 1689, warum die Macht der Herrschenden eingeschränkt werden sollte. Rousseau will in seinem Gesellschaftsvertrag von 1762 herausfinden, ob es legitime Regierungsprinzipien gibt, um dem Staate durch sie eine feste Grundlage zu geben. In Kants Rechtslehre von 1797 dient der Vertrag ausschließlich als normative Idee, der letzte Maßstab zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit positiven Rechts. Zu diesen Anschauungen will Rawls eine brauchbare Alternative entwickeln. Seine Verallgemeinerung und Abstraktion besteht darin, dass sich, wie Kersting schreibt, eine Theorie der Gerechtigkeit auf die gesamte institutionelle gesellschaftliche Grundstruktur erstrecke und die gerechtigkeitsrelevanten Problembezirke von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen umfasse. Rawls Grundidee ist, dass gerechtfertigte und objektiv verbindliche Prinzipien der Gerechtigkeit identisch sind mit den Prinzipien, die freie und rationale, nur an ihrem eigenen Interesse ausgerichtete Personen wählen würden, wenn sie in einen ursprünglichen Zustand der Gleichheit versetzt wären und die Aufgabe bekämen, die Form ihrer zukünftigen Gesellschaft zu bestimmen. Wohlgeordnet nennt Rawls eine Gesellschaft dann, wenn in ihr 1 jeder Mensch die gleichen Gerechtigkeitsgrundsätze oder Prinzipien anerkennt und weiß, dass das auch die anderen tun und 2 die grundlegenden gesellschaftlichen Institutionen bekanntermaßen diesen Grundsätzen genügen. Auf die Grundsätze oder Prinzipien kommen wir später zu sprechen. Erstmal geht es um die Personen, aus denen sich die Gesellschaft zusammensetzt. Wenn diese in einen Zustand der Gleichheit versetzt wären, heißt es in der Grundidee. Um diese Idee zu verstehen, müssen wir uns also auf ein Gedankenexperiment einlassen. Stellen wir uns vor, die Menschen könnten sich zur Aushandlung ihres Gesellschaftsvertrages im sogenannten Urzustand treffen. Damit ist ein solcher Zustand der Gleichheit gemeint, als Ursprung der Gerechtigkeit. Er wird dadurch erreicht, dass die Menschen im Urzustand einen Schleier des Nichtwissens tragen. Dieser Schleier nimmt uns das Wissen darüber, wer und wo wir selbst sind in dieser Gesellschaft, über die wir einen Vertrag schließen wollen. Das heißt, wegen des Schleiers wissen wir nicht, ob wir gesund, behindert oder krank sind, ob gebildet oder ungebildet, arm oder reich, privilegiert oder nicht. Wir wissen nicht, in welcher Familie wir geboren sind, an welchem Ort der Erde, in welchem Körper und welches Alter wir erst oder schon haben. Rawls nennt es die Zufälligkeiten der Natur oder der gesellschaftlichen Umstände, die einige von uns bevorzugen und andere benachteiligen. Er stellt klar, Dieser Urzustand wird natürlich nicht als ein wirklicher geschichtlicher Zustand vorgestellt, noch weniger als primitives Stadium der Kultur. Er wird als rein theoretische Situation aufgefasst, die so beschaffen ist, dass sie zu einer bestimmten Gerechtigkeitsvorstellung führt. Alles, was wir als freie, vernünftige und in gesundem Maße egoistische Menschen unter dem Schleier des Nichtwissens noch wissen, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben wollen, die uns gerecht behandelt. Auch grundlegende Kenntnisse etwa über psychologische oder wirtschaftliche Zusammenhänge bleiben erhalten, Wissen aus schlauen Büchern quasi. Nun machen wir uns daran, unter diesen Voraussetzungen einen Vertrag auszuhandeln. Den Urzustand könnte man den angemessenen Ausgangszustand nennen, und damit sind die in ihm getroffenen Grundvereinbarungen fair. Das rechtfertigt die Bezeichnung Gerechtigkeit als Fairness. Sprechen wir erst über das Rechtfertigen an sich, bevor die Gerechtigkeit als Fairness in den Fokus rückt. Über den Schleier des Nichtwissens gibt es noch ein gutes Video von SRF Kultur, das ist unten verlinkt. Wir kommen gleich wieder auf den Schleier und den damit verbundenen Urzustand zurück. Bevor Vertragstheorien in der Neuzeit aufkamen, wurden die gesellschaftliche Ordnung und die Prinzipien der Gerechtigkeit noch mit einem Verweis auf göttliche oder natürliche Gegebenheiten gerechtfertigt. Gott ist gerecht und hat unser aller Welt eingerichtet, darum herrscht auch Gerechtigkeit, irgendwie. Zu Prinzipien oder Lebensrichtlinien fragen Sie Ihren Papst oder örtlichen Priester. Dann kamen industrielle Revolutionen, Aufklärung und Verwältlichung, also die zunehmende gedankliche und institutionelle Trennung von Religion und Staat. Der moderne Mensch hat ein neues Verhältnis zur Welt, und braucht ein Update, was die Rechtfertigung der gesellschaftlichen Ordnung angeht. Hier kommt der normative Individualismus ins Spiel. Das Individuum setzt nun die Normen, nach denen es sein Handeln ausrichten soll oder will. Der normative Individualismus bezeichnet die Idee, nach der die Rechtfertigung für z. B. moralisches Handeln oder moralische Entscheidungen nicht mehr auf Gott zurückfällt bzw. die Glaubensgemeinschaft und auch nicht auf Staat, Familie oder ein anderes Kollektiv, sondern auf den einzelnen Menschen. Das Individuum ist in seiner Freiheit nur durch solche Gesetze beschränkt, die es mit allen anderen im Rahmen fairer Verfahren und auf der Grundlage gleichberechtigter Teilnahme beschlossen hätte, so Kersting. Die Prozedur, die zur Einigung in Form eines Vertragsschlusses führt, erfolge in drei Schritten. Darstellung eines Ausgangszustandes. Darstellung einer vertraglichen Einigungsprozedur. Darstellung der Ergebnisse dieses Vertrages. Hobbes stellt den Ausgangszustand in seinem Leviathan von 1651 als einen Naturzustand dar, den er als Krieg aller gegen alle beschreibt. In einem solchen kann niemand vernünftigerweise leben wollen, und so lässt sich gut argumentieren, dass ein Zusammenschluss zum Staat notwendig ist. Bei Rawls sieht die Sache anders aus. Sein Ausgangszustand entspricht dem vorhin beschriebenen Urzustand. Darin herrscht ein kooperatives Miteinander von Menschen, die unter dem Schleier des Nichtwissens blind für ihre eigenen Eigenschaften sind. Dieser Urzustand lässt sich nicht als Naturzustand beschreiben, weil wir darin bereits einen ziemlich zivilisierten Umgang pflegen. Ist das denn, bei aller Abstraktion von Rawls Gedankenexperiment, überhaupt realistisch? An dieser Stelle sollten wir uns vor Augen führen, wann diese beiden Philosophen gelebt haben. Thomas Hobbes kam 1588 in England zur Welt, angeblich als Frühgeburt aus Furcht sozusagen, weil seine Mutter vom Angriff der spanischen Armada auf England gehört hatte. Hobbes formulierte es in seiner Autobiografie so, »Meine Mutter gebar Zwillinge, mich und die Angst.« Dieser Mann veröffentlichte seine wichtigsten Werke, »Über den Bürger« und »Leviathan«, in beiden schon vom »Krieg aller gegen alle« schreibend, zu Beginn und kurz nach dem englischen Bürgerkrieg. Sein Ziel war die Rechtfertigung eines Staates, der zu einem gesetzlich geordneten Zustand führen würde, »in dem die eigene Freiheit, vor allem aber das eigene Leben, geschützt waren.« Rund 300 Jahre und eine Mondlandung später geht es John Rawls um viel mehr als das. Wie bereits angesprochen, hat auch er gewalttätige Zeiten erlebt und veröffentlicht »Eine Theorie der Gerechtigkeit« mitten im Kalten Krieg. Trotzdem kennt Rawls schon ein ganz anderes Maß an möglicher Kooperation zwischen Menschen. Die Atombomben waren ein deutliches, wenn auch schreckliches Zeichen dafür. Die Mondlandung da schon ein schöneres. Durchgeführt wurde sie von den Vereinigten Staaten von Amerika, von einem Kontinent aus, auf dem im Veröffentlichungsjahr von Hobbes' Leviathan gerade mal sieben der dreizehn späteren Gründungskolonien noch einheimische Jagden und Sklaven handelten. Es ist eine Frage der Vorstellungskraft. Rawls zielt über einen bloß gesetzlich geordneten Zustand hinaus. Er visiert eine komplexe, gerecht geordnete Gesellschaft an, die nicht nur Rechtsstaat ist, sondern auch Sozial- und Wohlfahrtsstaat. Da geht es nicht mehr nur ums reine Überleben, sondern um die Verteilung gesellschaftlicher Güter. Denn die Tatsache, dass es überhaupt solche gesellschaftlichen Güter gibt, die wir verteilen können, ist ja Beweis dafür, dass die Menschen zu weitreichender Kooperation fähig sind, offensichtlich. Warum also diese Fähigkeit nicht in den Ausgangszustand miteinbeziehen? In Hobbes Naturzustand sind die Menschen notwendig kooperativ, um ihre Freiheit und letztlich ihr Leben zu schützen. In Rawls Urzustand sind die Menschen hinreichend kooperativ, um viel Höheres zu schaffen. Nach dem Motto, ich Rawls wäre gar nicht in dieser privilegierten Lage, hier über eine Theorie der Gerechtigkeit nachsinnen zu dürfen, wenn wir Menschen es nicht so weit gebracht hätten, gesellschaftliche Güter zu produzieren, wenn über deren gerechte Verteilung jetzt ein Konflikt herrscht. Es gäbe diesen Konflikt gar nicht, wenn nicht eine gesellschaftliche Formation mit hinreichender Kooperationsdisziplin gegeben wäre. So kommt es, dass Rawls Urzustand bereits einer komplexen gesellschaftlichen Entwicklungsstufe entspricht. Dennoch fängt er gewissermaßen bei Null an. Wir erinnern uns an seinen Anspruch der Verallgemeinerung und Abstraktion. Rawls Anliegen betrifft die Gesamtgesellschaft in allen Lebensbereichen. Da steht im Urzustand erstmal nichts mehr. Weder Gesundheits-, Schul- oder Rechtssystem, noch die Wirtschaft. Wenn Rawls von den zu verteilenden Gütern spricht, dann sind damit neben den materialen Dingen auch Güter wie Bildung, Chancen, Rechte und Pflichten gemeint. Die meisten Güter sind gesellschaftlich, also gemeinschaftlich hervorgebrachte Güter, von denen dementsprechend die Gesellschaft profitieren sollte. Die Prinzipien, nach denen nicht irgendeine, sondern eine gerechte Verteilung aller kooperativ produzierten gesellschaftlichen Grundgüter ermöglicht werden, diese Prinzipien müssen formuliert und gerechtfertigt werden. Genau das ist die Aufgabe einer Gerechtigkeitstheorie. So nachzulesen bei Kersting auf Seite 35. Wahrheit und Gerechtigkeit sind für Rawls die Haupttugenden für das menschliche Handeln. Den Begriff Gerechtigkeit definiert er durch seine Grundsätze für die Zuweisung von Rechten und Pflichten und die richtige Verteilung gesellschaftlicher Güter. Eine Gerechtigkeitsvorstellung, also eine Vorstellung von einer konkreten Gerechtigkeit, sei eine Ausdeutung dieser Funktion. Während Platon in seiner Gerechtigkeitsvorstellung auf das Individuum abzielte und in seinem Staat, in seiner Politeia, an dem gerechten Menschen interessiert war, geht es Rawls maßgeblich um die Grundstruktur der Gesellschaft. Für uns ist der erste Gegenstand der Gerechtigkeit die Grundstruktur der Gesellschaft. Genauer, die Art, wie die wichtigsten gesellschaftlichen Institutionen Grundrechte und Pflichten und die Früchte der gesellschaftlichen Zusammenarbeit verteilen. Trotzdem stehen die Institutionen im Dienst eines jeden Individuums. Jeder Mensch, betont Rawls, besitzt eine aus der Gerechtigkeit entspringende Unverletzlichkeit, die auch im Namen des Wohles der ganzen Gesellschaft nicht aufgehoben werden kann. Daher lasse es die Gerechtigkeit auch nicht zu, dass der Verlust der Freiheit bei einigen durch ein größeres Wohl für andere wettgemacht wird. Hier schwingt Rawls Kritik am Utilitarismus schon deutlich mit. Darauf gehen wir dann am Ende noch mal ganz kurz ein. Fürs Erste nur im Hinterkopf abspeichern. In einer gerechten Gesellschaft gelten gleiche BürgerInnenrechte für alle. Kommen wir zu Schritt 2 der Prozedur, die zu einer Einigung in Form eines Vertragsschlusses führt. Darstellung einer vertraglichen Einigungsprozedur Rawls' These lautet, dass sich Gerechtigkeitsprinzipien auf der Basis des rationalen Selbstinteresses gewinnen lassen, sofern dieses unter einschränkenden Idealbedingungen agiert. Die Bedingungen sind durch den Schleier des Nichtwissens gegeben. Rational heißt, dass das Selbstinteresse sich durch Vernunft leiten lässt, nicht durch Emotionen, Gewohnheit oder Willkür. Ein vernunftgeleitetes Selbstinteresse berücksichtigt alle gegebenen Informationen und eigenen Ziele, um daraus die für sich vorteilhafteste oder am wenigsten benachteiligende Lage zu kalkulieren. Das Ergebnis einer solchen rationalen Einigung unter besagten fairen Bedingungen des Urzustandes dieses Ergebnis sind die Gerechtigkeitsprinzipien. Das ist, wie eingangs gesagt, die Botschaft des Kapitels Gerechtigkeit als Fairness. Die Fairness rührt von dem berüchtigten Schleier her. Die Textur des Schleiers bringt Kersting auf eine allgemeine, etwas längere Formel. Der Schleier der Unwissenheit ist genau so dicht, dass er alles diskriminierungsrelevante Wissen der eigenen Interessenkalkulation entzieht, sodass auf ihrer Grundlage nie für ein Verteilungsprinzip argumentiert werden kann, das den eigenen Vorteil zu Lasten anderer sich hat und folglich notgedrungen immer für unparteiliche Verteilungsprinzipien argumentiert werden muss. Die Menschen im Urzustand sind ja eigentlich gar keine richtigen Personen mehr. Sie haben jede Selbstkenntnis verloren, sind Individuen ohne individuelle Eigenschaften. Egal, wer da im Urzustand zusammenkommt, sie müssten alle mit den gleichen Argumenten für die gleichen Entscheidungen zu überzeugen sein. Und weil das so egal ist, können wir es auch gleich selbst versuchen und uns überzeugen lassen. Hinter dem Schleier des Nichtwissens. Willkommen im Urzustand. Du denkst vielleicht, hey, die Stimme kenne ich doch, aber nein, vergiss es, du kennst mich nicht. Mehr noch, du kennst dich nicht. Wir beide, du und ich, wir wissen auch nicht, ob wir uns kennen. Uns womöglich sogar mögen oder blöd finden. Wir sind einander egal, wollen uns nichts Gutes, nichts Schlechtes. Nur für uns selbst das Beste. Aber das wollen wir ja alle. Um es gleich vorwegzunehmen, das wird nichts. Nur weil wir im Urzustand sind, ist die Welt noch lange kein Ponyhof. Du bist doch sonst nicht so ein Hans-Guck-in-die-Luft-jetzt-ein-mal-mal-n-bissken-realistisch. Wenn wir den Schleier wieder abnehmen, dann wird es immer noch Menschen geben, die besser oder schlechter dastehen als andere. Gesundheitlich, wirtschaftlich, was weiß ich. Merke, Gerechtigkeit ist nicht gleich Gleichheit. Deshalb ist das gegenseitige Desinteresse so wichtig. Denn es nimmt uns auch den vernunftverzerrenden Neid. Sonst kämen wir nie auf einen grünen oder gerechten Zweig. Damit wir die ganze Sache hier übrigens ernst nehmen und uns an den Gesellschaftsvertrag, sowie wir ihn dann geschlossen haben, auch halten, verfügen wir als eine weitere Bedingung noch über einen Gerechtigkeitssinn. Darin ist noch nichts enthalten. Dieser Sinn ist vielmehr eine Art zuverlässiges Verbindlichkeitsbewusstsein. Die Prinzipien der Gerechtigkeit, die wir hier beschließen, sind für uns verbindlich. Aber was, wenn verbindlich und vernünftig mal im Konflikt stehen? Ist ja durchaus vorstellbar, dass es sich für mich persönlich später als vernünftig erweist, doch von unserem Vertrag abzuweichen. Diesen Konflikt klammert Rawls im Urzustand dadurch aus, dass unsere Vernunft gar keine persönlichen Interessen im Blick haben kann. Wir tragen ja den Schleier, nicht vergessen. Unsere Vernunft ist also auf ein kollektives Interesse gerichtet, an all den Gütern, die ein vernünftiger Mensch haben wollen würde. Wie gesagt, Güter wie Freiheiten und Rechte, nicht Fidgetspinner und Roombas. Nun ist die entscheidende Frage, auf welche gerechten Prinzipien oder Grundsätze der Verteilung solcher Güter wir uns denn einigen würden. Damit kommen wir zu Schritt 3 der Einigungsprozedur, Darstellung der Ergebnisse dieses Vertrages. Rawls führt das Ergebnis des Entscheidungsprozesses, wie eingangs wiedergegeben, bereits auf Seite 81 ein, schleift aber im Laufe seines Werkes weiter an ihnen. In Kapitel 46, ab Seite 336, formuliert er sie in ihrer endgültigen Fassung. Das sind also die Grundsätze oder Prinzipien, auf die sich die Menschen unter den Bedingungen des Urzustandes einigen würden. Der erste Grundsatz ist das Prinzip des gleichen Rechts auf individuelle Freiheit und garantiert jedem Menschen eine faire Chance. Die Menschen sind also gleich im Sinne von gleichberechtigt. Grundgüter wie Bildungschancen oder politische Ämter sollten allen Menschen theoretisch in gleichem Maße zugänglich sein. Dieser Grundsatz schließt jedwede Diskriminierung aus und kommt für Rawls in sogenannter lexikalischer Ordnung vor dem zweiten Grundsatz. Das heißt, dieser erste Grundsatz muss erfüllt sein, bevor der zweite Grundsatz, das Differenzprinzip, akzeptiert werden kann. Denn die Menschen sind ja nicht alle gleich im Sinne des Wortes. Wenn der erste Grundsatz erfüllt ist und die Institutionen so gestaltet sind, dass sie keinerlei Diskriminierung zulassen, dann würden wir auch einem Differenzprinzip zustimmen und damit etwaige Unterschiede anerkennen. Etwa, dass andere Menschen körperlich gesünder, familiär, privilegierter oder wirtschaftlich erfolgreicher sind als wir. Das Differenzprinzip sorgt dafür, dass diese Unterschiede auch den schlechter Gestellten der Gesellschaft zum Vorteil dienen. Das heißt, Ungleichheit wird dann als gerecht angesehen, wenn etwa die Lohnerhöhung, die sich die Geschäftsführung eines Unternehmens gönnt, mit einer Lohnerhöhung für die Belegschaft einhergeht. Zweitens sorgt das Differenzprinzip dafür, dass jeder Mensch zumindest die Chance hat, im ungleichen System sozusagen die Seiten zu wechseln. Außerdem ist im final ausformulierten Differenzprinzip noch der sogenannte Spargrundsatz enthalten, den Rawls erst kurz vor bespricht. Der Spargrundsatz legt fest, was eine Gesellschaft gerechterweise sparen sollte und muss so beschaffen sein, dass alle Beteiligten wünschen könnten, alle früheren Generationen möchten ihn befolgt haben. Denn darüber hast du vielleicht noch nicht nachgedacht, aber im Urzustand sind faktisch alle Generationen vertreten. Stichwort Rohstoffe. Die gerechte Verteilung von Naturgütern muss natürlich weit über die Lebenszeit der Einzelnen im Hier und Jetzt hinaus bedacht werden. Die Grundfreiheiten der Einzelnen gehen für Rawls der Güterverteilung voraus. Eine Einschränkung dieser Grundfreiheiten ist nur gestattet, um die Freiheiten anderer zu schützen und damit eigentlich keine Einschränkung der eigenen Freiheit, als vielmehr das Verweigern einer vermeintlichen Freiheit, die dir unter gerechten Umständen einfach nicht zusteht. Mit dieser Gewichtung der Freiheit stellt eine Theorie der Gerechtigkeit ein Werk des Liberalismus dar. Weil darin zunächst eine gedachte Gleichheit beschworen wird, im Urzustand, geht die Gleichheit der Gerechtigkeit sogar noch voraus, oder ist ihr vorrangig. Daher wird Rawls der politischen Ideologie des egalitären Liberalismus zugeordnet, ja sogar als ihr maßgeblicher Schöpfer. Egalitär meint eine soziale Gleichheit anstrebend. Wir erinnern uns an seine Aussage gleich zu Beginn seiner Theorie. Jeder Mensch besitzt eine aus der Gerechtigkeit entspringende Unverletzlichkeit, die auch im Namen des Wohles der ganzen Gesellschaft nicht aufgehoben werden kann. Genau das ist die Position des Utilitarismus, gegen den John Rawls hier Stellung bezieht. Als Form der zweckorientierten Ethik besagt der Utilitarismus, dass eine Handlung dann moralisch gerechtfertigt ist, wenn sie zum Gesamtnutzen beiträgt, wenn sie also zur Summe des Wohlergehens aller Menschen beiträgt, ungeachtet der Verteilung dieser Summe auf die einzelnen Menschen. Das heißt, im Utilitarismus kann sehr wohl die Freiheit einiger eingeschränkt werden, wenn es nur zu einem umso größeren Nutzen für andere führt. Das, sagt Rawls, ist nicht gerecht. Doch genauer kann auf den Utilitarismus an dieser Stelle nicht mehr eingegangen werden, stattdessen wird es einen eigenen Beitrag zu dem Thema geben im Rahmen der Reihe »Philosophie der Neuzeit«, wird dann bei Zeiten unten verlinkt. Auch die vielstimmige Kritik an Rawls »Theorie der Gerechtigkeit« bleibt hier außen vor. Noam Chomsky etwa sagte zum Werk seines Kollegen, »Es ist ja intellektuell interessant, aber ich sehe nicht viel, was wir damit machen können.« Ein Video zu Chomsky über Rawls, englischsprachig, ist ebenfalls unten verlinkt. Susanne Molaokin schrieb Rawls einen blinden Fleck in Sachen Geschlechtergerechtigkeit zu, und einen Gegenentwurf zur Theorie der Gerechtigkeit legte der Philosoph Robert Nozick mit seinem Werk »Anarchy, State and Utopia« vor. Damit kam die Wiederbelebung der politischen Philosophie im 20. Jahrhundert erst so richtig ins Rollen. Für eine kritische Auseinandersetzung mit Rawls empfehle ich Kerstings viel zitierte Einführung zu dem Denker. Das war's von mir an dieser Stelle und für dieses Jahr. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit, Anmerkungen und Fragen wie gehabt einfach in die Kommentare. Ansonsten guten Rutsch!